So, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Together Supreme Commander Forge Aliens. Wir spielen 3 gegen 3, untereinander, gegeneinander. Wobei es ist eher sowas wie Snide and Friends. Ja, Supreme schreibt der BlueSyber hier. Auch bekannt als CrazyBlueTV, der in meinem Team mitspielt. Also, der Marcel ist dabei und die Hatice und ich. Supreme Commander. Und im gegnerischen Team. Johnny, Daniel und der Leech, Aka, Valentin. Revo Player. Aka, ja genau. K.S. 3 vs. 3 und ich würde sagen, los geht's. Ich darf ja nicht so laut zu Supreme Commander schreien, weil irgendwas mit Ton dann scheiße. Keine Ahnung. Übersteuert. Genau, worauf weißt du das? Nein, er meint gerade mit übersteuert, meint er, dass er dich zu laut ist. Wow, wo baue ich jetzt die Landfabrik hin? Zu spät. Auf dem Boden. Ach, was? Ich hätte sie fast in die Luft gebaut, Junge. Wer weiß. Oh Mann, ist mir schlecht. Also, was mache ich jetzt? Luft? Ja, du machst mal erstmal nur Luft. Sicher? Ich denke, das wissen die zwar auch, dass du nur Luft machst, aber... Ey, das ist doch scheiße. Ja, was soll man denn sonst mit dir machen? Sollen wir dich jetzt hier ins Wasser werfen und sagen, mach mal Boden oder nur Boden? Und wer macht Luft? Ja, ich kann beide. Einer muss immer Luft machen. Boah, es ist viel zu laut bei mir. Oder wir machen wirklich, dass du rein im Boden machst. Na. Du machst hier rein im Tisch. Und äh... Ich baue erst Luft, danach baue ich Lanz. Das wirst du schon sehen, wie ich das hinkriegen werde. Das wirst du schon sehen, wie ich das hinkriegen werde. Ich verteile wieder meine Speer, ja? Mhm. Also, es wird schon echt eine schwierige Partie. Also, das können wir definitiv so sagen. Äh, ja, das sieht man. Ey, Mann! Mach mich nicht immer so fällig. Doch, keiner. Ich bin nicht so schlecht, wie alle denken. Nur nicht so gut wie alle anderen. Ja, auch. Man lernt doch. Und von mir aus könnt ihr erstmal so viel einnehmen, wie ihr kriegt. Tim, nur eine Frage. Wo soll ich meine Landfabrik hinbauen? Also, wenn du es gut hinkriegst, hier. Dann kannst du mit direkt einfach hochlaufen. Ernsthaft, da hinten? Ist doch praktisch. Okay. Wow, das kommt jetzt aber plötzlich. Ey, warum baut der so langsam bei mir? Ich hab alles los. Wer weiß dat? Wir brauchen auf jeden Fall aber Luft. Also, guck mal, da fliegt auch schon die erste Luft von den anderen. Ernsthaft, super. Aufklärer. Rauscht denn so langsam? Meistens, weil dir irgendwas fehlt. Nicht wirklich. Ich klammer auch auf. Das wär nett. Aber warte, lass mich Luft bauen. Mach du erstmal ganz gechillt dein Zeug. Ähm, du hast ja schon eine Luft bei euch. Ich dachte, du baust Land. Ich hab doch eben gesagt, nein. Ich baue erst Luft und dann Land. Super. Auf Klimauteilung. Es funktioniert bei uns einfach wirklich stimmungsmäßig. Ist ja alles. Entschuldigung, Tim. Guck mal, da hinten rechts oben. Blau. Greift schon an. Ja. Also, ich baue mal richtig viele Abfangjäger einfach, ja? Oh, guck mal, die kommen da über dem Boden schon. Äh, du baust Abfangjäger? Was soll ich dann bauen? Bauen wir. Naja, also wir haben ja eine Sache gerade vergessen, ne? Dass wir gegen Bleed spielen. Ist doch schlecht. Nein, aber der kann Swim bis zum Geht nicht mehr. Aber das ist nicht so gut. Auf Tech 1 vor allem. Das ist ja. Das sehe ich nämlich nicht so. Das ist sein Leben. Wir müssen unbedingt hier vorne was hinbauen. So schnell wie möglich. Ich bin gerade dabei, einen Gun-Upgrade zu machen. Aber auch das wird mich nicht ewig vor Breach schützen. Nicht so richtig. Okay, ich laufe vor. Nicht, dass du gesnipet wirst. Nicht zu dem Zeitpunkt. Ich muss halt rechtzeitig zurückgehen. Tim, gib mal deinen Flieger. Ja. Ja. Der Blaue ist doch der Johnny, oder nicht? Schieb mal ein bisschen deine Einheiten weiter vor. So in die Mitte. Weißt du, da hin, dass wir da noch ein bisschen mehr Abziehung haben. Dann kommen die nächsten Da kommen einiges Okay, ich treme mich mit meinem Commander um Ich versuche das alles mit meinem Commander zu machen Der hat Abfangjäger Ja Hier Hier Gehen die ganze Brauma kaputt Abfangjäger da hinten Okay Unterwegs Wir brauchen ein Radar hier Ich baue es gerade Hier werden wir angelaufen Oh, die liegen am Boden Der kommt jetzt mit Flack Und wir sind hinten überlaufen, ne? Ja, ich weiß Schon gesehen Das Lute ist vom Bleach kommt gerade erst mal so So nichts mehr Gib Gas, Commander Werte dich auf Der ist ein hellblauer Daniel, guck mal an wie viel Flieger der hat Der hat ordentlich was Es wird mit Luft dann ziemlich schwer Ja Ja, ich fange an Abfangjäger zu bauen Und baut über euren Basen noch zusätzlich Luft Scheiße, der Daniel Der wird Der wird zum Problem Ja Ja, ich habe jetzt eine Langfahrung Ja, ich habe jetzt eine Langfahrung erst mal Achtung, die ganze Luft kommt Ich glaube, der hat so viel Der sieht nicht so ganz gut aus Achtung, in der Mitte kommt was No. Vielleicht sollten wir uns hier oben... Ach, der Peach ist der weiß nicht, der Johnny. Vielleicht sollten wir uns hier oben mal auf ein paar Schlachten einlassen mit denen. Ich habe aber noch nicht so viele Einheiten. Vor allem müssen wir hier mehr sehen. Die Flieger dürfen nicht hochkommen. Ich bin da daneben, am Radarbaum. Warum hast du denn deine Einheiten da hingeschickt? Bitte? Warum hast du die denn da hingeschickt, die Einheiten? Um ein bisschen anzugreifen. Wir brauchen das. Du brauchst den Mitabfangjäger, Tim. Nicht die ganze Zeit. Okay. Sammle die mal auch da unten. Guck mal, das Gute ist, die wissen nicht, dass wir sie da hinten sehen. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt nicht, ich kann das nicht. Das ist nicht. Ihrcheers. Der greift an. Wo? Da ist zu dir gefangen. Ja, so wird es. Okay. Ich kenne meinen Commander zurück. Wir müssen hier vorne... Hier hängen von mir hier vorne... Jetzt mit der ersten Fabrik auf Tech-2. Wenn alle Massepunkte, alles was kaputt geht, immer sofort wieder einsandet. Er hat Flakta in der Armee drin, da bringt das Kanonenbord nichts. Ja, ich weiß. Ist der, wird runtergeholt. Sammle deine Armeen, tu sie zusammen, sonst wird das echt schwer. Wer? Wer ich? Ja. Ist hier die untere und die obere. Tech-2 von Daniels unterwegs? Ne, das ist Johnny. Johnny ist schon auf Tech-2. Oh nein. Oh nein. Soll ich dann auch mit irgendwas auf Tech-2 gehen? Ja. Ach du, wir werden jetzt vielleicht den Fight erleben. Ja, wenn du willst, du willst. Ja, ich kann mit Land oder Luft. Ja. Tim, Land oder Luft? Land würde ich glaube ich eher sagen. Wir sollten sie gleich mal scouten. Ja stimmt. Ja stimmt. Warte, ich mach das sofort. Boah, die kommen alle nach unten. Ja. Versuch dich zu umgehen. Ja. Und der Johnny zieht seine Raketen da vorne hoch. Ja. Für etwas Druck. Aber noch sieht es ja nicht so schlimm aus. Die Punkteabstände sind noch sehr gering. Hier in der Mitte zieht der Johnny seine Raketen hoch. Wir müssen da Raketenabwehr hinbauen. Oder irgendwas reinfetzen. Sollen wir mal seine Armee da anreifen? Ja, können wir. Aber natürlich ist das schwer. Warte, bis mein Commander da drüben ist. Okay? Ich zieh dir mit rüber. Bist du dir sicher? Ja, ja. Womit schießt der? Wir müssen Raketenabwehr bauen, hast du gesagt? Ja. Okay. Okay. Ja. Ey, der greift mich an. Wo? Mit irgendwas schießt er auf mich. Das kommt da. Warte mal, ich baue den Blue Siren hier einen Tick, zwei Verteiligen hin. Und dann renne ich mich rüber. Dann müssen wir da mal Druck machen. Ja. Ja, das kann ja nicht. Das ist kein Problem. Hast du da unten Probleme? Ja, weiß noch nicht. Doch, sieht nicht so schlimm aus. Wir müssen unbedingt was gegen die Raketenabwehr machen. Das machen wir uns ja wie. Die Abwehr kaputt. Ah, der durch zwei schon. Fuck dort. Ja. Ja. Wir müssen dafür in unseren Armeen loslaufen. Ja. Radar, rechts oder links? Geradeaus. Direkt einfach am Frontan drauf zu. Und am besten irgendwas drüber fliegen lassen, damit wir ein kurzes sehen, was da passiert. Ja. Wir schießen unsere Dinger nicht rechtzeitig. Geht's bei dir? Ja, bei mir geht's. Achtung! Wir haben den Abfalljäger. Ah, könnte. Sollen wir den mal runterholen? Jetzt holen wir sie runter. Ach, das ist wieder bleached. Ach, die wollen uns mit Raketen. Da hinten sind Raketen. Okay. Keine einzige, die hat getroffen. Bei mir. Ach, Mann ey. Das ist wieder der PC vom Leech, oder? Komm. Wie war denn das Nummer? Komm, äh. Komm, komm. Komm, komm. Für Ping oder was? Ja. Nee. Rennen. Show Networks. Wir haben hier Probleme, oder? Ah, Moment. Hier sehen wir den Abfall. Und wer ist der Problem? Bleach. Nur plus zwei. Wir kriegen ja da oben hin. Was da permanent unten ankommt. Was da permanent unten ankommt. Ja, jetzt hör doch auf. Was bringt das denn? Äh, Kanonenboote viele. Seht ihr das? Äh, ja. Äh, ja. Jetzt erst? Ja. Nein, nicht mal Techniker, du Fixer. Die Luft gehört uns. Die Mauer ist gut hier. Die Mauer ist gut hier. Dem, äh, dem Johnny da in dem Bereich. Schwächen. Ich weiß, der geht alles unten rein. Ich weiß, der geht alles unten rein. Hatice. Tim. Hier oben mitkommt. Bitte. Mit dem Boden. Ja. Und wir müssen hier mehr sehen. Und vor allem... ihm sein Sehen ausmachen. Masse pumpen und uns das alles kaputt machen. Ja. Ich geh mal mit der Luft gleich auf Tech 2. Ach shit. Wenn du Hilfe brauchst, sagst du Bescheid, dann komm ich rüber. Mein Kummer. Der kommt mit allem, was halt immer nach unten. Das wird... Ich geh mal mit der Luft gleich auf Tech 2, weil dann kann nicht die andere... Irgendeiner muss hier unten helfen, dem, dem, dem Dings. Ja. Kommt der mit Tech 1 oder wo? Tech 2. Kettenbots und alles. Und das ist ordentlich gespammt. Nicht zu knapp. Ich glaub, ich geh auch nicht so weit. Kanonmotor oben. Schnell. Oh fuck ey. Bewegt euch. Wow. Das sieht echt... Ich könnte ein paar Hits nutzen. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Er hat da ein bisschen viel. Spiel. Spiel. Hat die Tür schnell Tech 2 verteidigen da unten, weil die aufbauen, sodass er nicht reinlaufen kann. Spiel. Ich kämpfe oben weiter so, als er alles ganz normal, ja? What the fuck? Er übertreibt so mit den Spanning, ja? Ja. Total. Oh nein. Aber jetzt seh ich mal kurz alles. Scheiße. Oh, du scheiße. Jetzt achten wir hier unten, Johnny greift an. Ich bin da schwer. Ich bin da schwer. Hast du es geschafft hier unten? Na. Er hat sich zurückgezogen, aber... Gott sei der. Aber auch, weil ich mit meinen Tech 1 Wege ankomme wahrscheinlich. Hahaha. Er hat kein Luft mehr. Ganz gut. Entschuldigung für dieses Lecken, beschwert euch bei Bleach, der will kein Geld ausgeben für den PC. Na, gibt Schlimmeres. Das ist noch nicht so Schlimmeres. Marcel? Ich weiß nicht, ob du das machst, aber als Tipp, nehmen alle diese Sachen da unten wieder ein. Hab ich vor. Gut. Da wird halt immer pushen. Oben kommt der Johnny, der immer da kommt. Da kommt richtig viel. Da kommt richtig viel. Hallo, Botezern. Wo? Da oben bei uns. Ja, die wollen jetzt über oben. Der will sein weißes Zeug über oben abwerfen. Sein weißes Zeug. Das ist echt ekelhaft. Alter, das ist schlecht. Da hast du auch noch Kanone, Bote. Der Kampf soll sich verlagern. Seht ihr das? Sie wollen von oben. Sie müssen jetzt von meinem Commander wieder nach oben. Ja, hier hin und her ist das hier. Ah, herrlich. Jetzt klaue ich mir einen Tech-2-Radar. Nehme ich gerade einen. Ja, sehe ich. Von Daniel. Vielen Dank. Sponsored bei... Bei Daniel. Herr Ticcio, wir brauchen hier deine Leute. Was? Für Unterstützung. Bei denen hast du ja von... Da ist er nochmal. Beach kommt. Ja, ja. Vielleicht gehört mir das davon, Daniel. Dann bauen wir noch schön Strom herum. Damit das auch alles gesaved ist. Da kommt einiges von oben. Johnny. Johnny kommt da auch mit. Achtung, sind da die Luft da hinten? Ja. Eins davon sind nur Abfangjäger. Ja. Aber warte, Abfangjäger kommen in der Regel immer nur, weil da Kanonenboote dabei sind. Kann gut sein. Wahrscheinlich sind da jetzt die Leute. Achtung. Dahinter ist was Langsames, da sind die Kanonenboote. Ja, Kanonenboote. Recht viel sogar. Achtung. Daniel kommt mit Flack am Boden. Daniel kommt mit Flack am Boden. Alle Flutzeuge weg. Alle Flutzeuge ganz schnell weg. Ja. Zurück, zurück. Boah, ich hab nicht mehr so viele Abfangjäger. Scheiße. Ich hab die meisten verloren. Ich hol uns hier immer weiter. Das ist gut. Ah, guck mal hinten. Ah, zwei Kanonenboote. Machst du's schon? Ja, wir müssen mal gucken, ne. Können wir die mal wieder runter holen, bitte? Ich wollt' jetzt grad fast zeigen, ich hol dir alles runter, aber... Das ist ja jetzt nicht so was. Das ist Tim. Ah, der ist ja 15. Scheiße. Tim, nein. Ein Malheur ist mir hier passiert, ey. Tim, bitte. Lass' es. Hey, Teil 3 vom Bleach kommt da. Oh, aber... Nein. Wie der übertreibt. Ja, die haben ja auch voll viel gemacht. Das war wahrscheinlich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ey, gleich kann ich dem Sieg zweifeln. Ich hab neuen Jagdbomber. Musst die nur sehen, oder? Ja. Ja. Ich versuche ihn abzulenken. Der Bleach muss gleich umdrehen. Tim, gleich können wir ihn snipen. Weil in der Regel steht er nicht unter einem Schild. In der Regel. Was in der Tat so ist. Aber das tut jetzt echt knapp hier. Na, ich klappe. Ey. Sag mal, kann jeden jemanden scouten? Wir haben hier Probleme, ne? Ja. Achtung, er greift jetzt an. Ja, er kommt durch. Wir brauchen hier vorne ganz schnell ein bisschen mehr Verteidigung. Scheiße. Dann sieht das ganz richtig ganz böse aus. Leute! Ja? Geh da weg, weil ich snipe jetzt den Bleed. Gib der AC uns Wasser. Nein, ist der nicht. Ich hab ihn eben gesehen. Tim, flieg mal bitte mit mir zu Bleed. Ich brauche hier vorne Schutz. Jetzt kommt er mit seinem Z3 durch. Ich bin auf dem Weg. Aber das schaffst du. Scheiße. Da ist nicht zu viel Abwehr. Weißt du, geht auf? Ja, kommst du nicht durch. Guck, die gehen einfach. Werden einfach runtergeholt. ACU steht da. Ey, geh mal. Helfe mal hier oben mit. Wir haben Fahrngenerator. Wir liegen. Scheiße. Er war fast tot. Ja. Glück gehabt. Ich hab doch gesagt, komm mit mir, Tim. Ja, ich habe mich verklickt. Entschuldigung. Fehler, was wir in jedem haben. Er wäre auch gleichzeitig hier fast drin geblieben. Tim, wir hätten ihn umgebaut, aber wäre es doch egal gewesen. Wir haben zu wenig Luft gerade. Ja, es ist alles 100 Gold jetzt. Und die haben Tech 3 Eon Schimmer. Ja, der Daniel ist auch schon auf Tech 3. Der hat diese Restorer. Wir haben jetzt eh keine Chance mehr. Na, aufgeben wollte man noch nicht. Ja, aber... Du musst einfach nur noch viel Luft auch am Boden bauen. In der Ukraine gibt noch nie. Du musst einfach nicht auf das. Ich habe dich nicht aneruertien. Du musst dich nur nochmal ein bisschen. Ja, die Zeit hat. Es hat auch hier Fl intra. Es hat ein Absatz gehört. Ich habe es nicht aneruertien. Ich habe es nicht aneruertien. Ich habe es nicht aneruertien. Achtet da oben aus, wir müssen so schnell wie möglich auf jeden Fall wieder hinfliegen. Ah, da steht. Viel. Ja, ich geh jetzt auf Tech 3 Luft. Oh oh. Kommen die, hatten wir abgefahren gegen am Park? Gerade nicht. Könnte bisschen Scheiße enden. Hey, wir brauchen ganz schnell Abfalljäger da hinten bei ihm. Geh mit deinen Einheiten da rüber. Produzier schnell Tech da hinten und produzier Tech 2 Flack. Und renn zu deinem Schild da unten hin. Ich schnau ich nicht. Ich war auf Tech 3. Nein. Fuck. Da war ich da unten am Aufbauen. Johnny, Tim. Du brauchst Full Share. Hast du mir noch den? Ja. Hast du... Hast du dich drei jetzt? Wer ist denn jetzt hier reingekommen? Hallo! Hallo! Hey, sorry, Oli nicht anmachen. Ja, wir sind auch in der Lobby. Ja, okay, wir haben auch so den Fullshare an. Na ja, gut. Dann bin ich jetzt der beste Spielerinnen, die es gibt. Ja. Das ist aber scheiße, dass wir Fullshare anhaben. Ja, das ist aber scheiße, dass wir Fullshare anhaben. Ja, das ist aber scheiße, dass wir Fullshare anhaben. Okay, dank dem Fullshare habe ich krasse Stromprobleme. Kannst du mir Energiegeneratoren geben, Tim? Du hast ein bisschen Verteidigung. Neu-Tech-3-Welle kommt, von oben. Ja, mir wird auch schwer zu überlegen. Das ist jetzt auch gegeneinander schuld. Ich baue die da unten Strom hin. Ich geb denen mal schnell Strom von mir. Die wollen jetzt nur noch snipen. Ich glaube, da sind mal wieder pienselli. Ja, es ist das wichtig. Ich habe da unten die 플�ra市. Ich bin jetzt ein bisschen sûr, ich würde mich wirklich ernst machen Ich bin hier im so ein entspricht. Jetzt nicht mehr tego Case und corona. Das habe ich mir mit mir hinter dir Opera. Ich bin hier so oben. D пров theatrical, hiersam ich komme. Rot herum clasch, auf好吧. Trbie das wird mir equilibrium gemacht. Ich finde es sehr eng, wir haben noch ein Match drin, liegt jetzt gerade noch. Die Oberarmee wird von Dekka noch rot, perfekt. Na ja, ich weiß, das sind die auch gerade. Oberarmee ist ja nicht, um nur dort zusammen abzulenken. Das ist ein bisschen wie die Panzerbade hier. Hat die Tür? Ja. Noch mal dabei? Naja. Niemand nimmt. Das Problem ist Strom auf jeden Fall. Naja. Bei mir auch. Also Punktetechnik sieht nicht so gut für uns aus. Ja. Also für euch. Könnte besser sein, ja. Dekka führt einen wertvollen Beitrag. Ja. Ja. Ja, der Daniel, der braucht jetzt immer wieder so teurer und das war es dann auch. Ja. Ja. Krass. Kanonenbote. Ja. 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 Kann auch ganz sein. Ja. Da kommt ein Experimental. Äh, Fatboy. Ja. Ist hier in der Mobile Fabrik. Ist hier zu Ende. Ja. Aber weißt du, das ist wieder so ein Kill, wo ich denke, bring dich jetzt selber um. Weil von Jonny habe ich nichts gesehen, außer das Experimental vermutlich jetzt. Ja, aber sehr gut. Spinnst du? Jonny hat doch die ganze Zeit gespillt. Ich mach's ja auch nicht. Was mach ich? Jonny hat doch die ganze Zeit gespillt. Was mach ich? Jonny ist der Blaue. Ja. Das war nix. Das waren immer drei Einheiten oder so. Das war nicht viel. Das Profi kam jetzt auch nicht immer zwischen kam. Also lass das die Community entscheiden, das können wir ja nicht machen. Dennis hat den Bleach umbringen können. Hast du mir halt nicht geholfen? Ich hab halt hier unten gerade Probleme gehabt. Ach ne, wegen Bleach. Aber ich kann doch nicht, ich kann doch ohne, dass ich das da oben niemals gesehen habe, nicht sagen, okay, ich lass mich unten überlaufen und helft hier rum. Hab ich doch gesagt. Ja, aber ich muss es auch selber auch erstmal sehen. Das Problem war, ich muss... Du hast doch nur Abfallgehege gehabt. Dein Abfallgehege hätte nicht geholfen. Er hätte gelbes Papier gehabt. Was? War im gelben Bereich. Das hab ich aber... Das hab ich aber... Ich meine sogar, dass ich die losgeschickt habe. Das Problem ist, an irgendeinen von deinem Flieger drangegangen hat, der kaputt gegangen ist. Und dann haben die sich niedergesenkt. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ein schlimmeres. Oh, ich hab jetzt alles. Wie toll. Ja, alles was gleich im Schutzrasse liegt. Wir können ja nochmal so ein 1 gegen 1 lassen so machen. Können wir generell gerne machen. Auch Dennis, wenn er so Bock hat, sowas machen wir ja gerne. Was hab ich denn los? Ich bin jetzt nicht so... Was hab ich denn los? Ich bin jetzt nicht so... Was hab ich denn los? Aber ich glaube, ich muss jetzt tauchen und... Aber ist ganz lustig. Wie findet ihr es eigentlich mit diesen Fabriken, die man jetzt... Diese Nebenfabriken, die schneller geht, aber nicht auf-taggen kann? Sieht aus in Ordnung. Verstehe ich nicht. Du kannst Direkt-Tag 2 bauen, aber du kannst sie nicht hoch-taggen. Und sie hat weniger Lebenspunkte. Also geht schneller, Schrott. Vielleicht sieht ja die normalen Fabriken jetzt so anders aus. Ich lass uns dann lesen. Ich nehme das, ich nehme das, es geht mal an. Also, ich werde nicht mehr mit Tatija im Team spielen. Ey, Entschuldigung. Aber wenn du sagst, wir können den da kriegen, aber ich das vielleicht gar nicht sehe und deshalb dir rein vertrauen muss und du dann dich da total vertust und ich mich unüberlaufen lasse, dann reg ich mich hier auf bis zum Gehtnichtmehr. So habe ich wenigstens überlebt. Ich hätte ihn gekillt. Aber Vertrauen ist wichtig. Ja. Aber ich spiele mit Tatija. Tim. Schönes Schlusswort. Genau dasselbe wie damals, als ich gesagt habe, wir können den Daniel killen. Der hat die ganze Zeit dort im Bereich gehabt. Ich habe nicht mehr gesehen und gleich wieder so ein Zicken-Terror, ja. Elfie, komm, Daniel, du darfst Schlusssatz sagen. Einen Scheißdruck mache ich. Sag du tschüss. Nein. Tschüss, ich habe keinen Bock mehr. Sag einfach, dass man von Johnny nichts gesehen hat und dann sehen wir uns von dir. Das sage ich nicht. Ich sage einfach, dass du scheiße bist. Von Johnny hat man nichts gesehen. Bis dahin. Beruhigt euch. Ist gut. Nein, jetzt komm. Es ist eine Orange. Macht dir keiner. Komm, Artich, sag bitte einfach ganz nett. Tschüss den Leuten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber eine Sache noch, Artich. Du wirst im Video sehen, dass ich meine Einheiten angeklickt habe. Am Arsch. Okay. Tschüss. Dann kann man sie nicht anklicken.